hallo aus essen herzlich willkommen zu einer neuen folge von hafenstraße unser rwe video talk ja heute mit einer ganz besonderen folge wir freuen uns im gast hier begrüßen zu dürfen felix bastians ist hier rwe kapitän wir werden heute einiges zu besprechen haben mit ihm natürlich auch das 2 zu 0 gestern gegen bayreuth darf aber auch noch den kollegen ralf wilhelm vorstellen der heute an meiner seite ist mein name ist kira alex wir haben wie immer 19 0 7 minuten zeit und die starten jetzt ja lass uns doch erstmal über das spiel sprechen gestern 2 0 ihr wart beide vor ort du auf dem platz auf der tribüne wie habt ihr das spiel gesehen möchtest du anfangen dann würde ich nachdenken ich hab mal den zeitzeugen der auf dem platz war der protagonist war doch mal den vorzunehmen ist natürlich das erwartet schwierige spiel gewesen ich finde solche spiele gegen den gegner bei allem respekt vor bayreuth da ist die erwartungshaltung gerade hier in essen glaube ich sehr sehr groß da haben wir uns in der ersten halbzeit glaube ich schon ein stück weit schwer getan trotzdem waren wir die mannschaft die probiert hat mit dem ball zu arbeiten der gegner war dann gefährlich im konter das war uns von vornherein klar und zwar auch bewusst dass dieses mann orientierte spiel er von bayreuth eigentlich nicht über 90 minuten durchzusetzen ist deswegen sind wir dran geblieben und dann in der zweiten halbzeit dann glaube ich auch verdient in führung gegangen dann noch mal wunderbar durch rota nachgelegt hat das torschießen für sich entdeckt und deswegen glaube ich dann insgesamt auch verdient gewonnen verdient gewonnen auf jeden fall wir haben es nur am anfang schon bei der aufstellung gewundert es war keiner der mittelstürmer auf dem platz sage ich jetzt mal sondern dass ich war dabei das stimmt da kommen wir gleich noch zu aber es war schon erstaunlich mit young und mühse die sich vorne abgewechselt haben was meiner meinung nach suboptimal geklappt hat da hatten wir schon gefährlichere spiele gesehen an der hafenstraße auch in dieser saison aber man hat sich da reingearbeitet dafür muss man echt respekt zollen man ist ruhig geblieben die bayreuther fand ich erstaunlich offensiv und forsch die haben nicht gemauert sowie andere mannschaften dort sondern die haben versucht auch das ding auf ihre seite zu ziehen und die musste man sich erst mal zurecht legen eine halbzeit lang ja und dann der dosenöpfer wenn nichts mehr geht geht kommt herzenbruch halten und dann lief das spiel in die richtige richtung was led auch symptomatisch für dieses ganze spiel war war das doch von björn roter die leute haben schon die hände über den kopf zusammengeschlagen als er den wahl verloren hat durch den fehlpass und haben die ende gleich oben gelassen weil im nächsten augenblick er das ding einfach reingeschossen hat also es war freud und leid innerhalb von drei sekunden das war schon etwas verrückt sagen wir mal das zweite tor jetzt 32 punkte platz 13 klassenerhalt zwar noch nicht sicher aber so langsam verliert man die ganz großen abstiegssorgen oder die kurve zeigt nach oben also in der liga frühzeitig im ziel als erreicht zu betrachten das habe ich ja nicht gesagt ganz ganz gefährlich da sind noch einige punkte zu holen man braucht sicherlich deutlich über 40 punkte wenn man sieht wie die anderen mannschaften auch unten punkten und deswegen tun wir gut daran ja wirklich weiter zu machen bis wir über diese ziellinie sind das ist das klare ziel diesen verein dann auch im profi fußball zu etablieren da muss man letztes jahr wirklich ja ganz ganz hart für arbeiten um aus einer wirklich schwierigen regionalliga west dann auch aufzusteigen und deswegen müssen wir da gucken ja dass wir das ziel dann erstmal erreichen wir haben jetzt ein extrem schwieriges spiel in auge ich kenne nicht die genaue punktzahl aber wenn ich sehe wo sie in der tabelle stand vor der winterpause wo sie jetzt stehen dann wird das schon eine der mannschaften sein ja die die meisten punkte geholt haben in der in der restrückrunde deswegen haben wir da wieder eine ganz schwierige aufgabe und müssen gucken dass wir da auch dranbleiben du hast es gerade schon angedeutet du hast gestern kein tor gemacht aber in letzter zeit ja ziemlich oft das torschießen entdeckt warum klappt es denn so gut obwohl eigentlich in der definitiv weil ich mal ein paar alfmeter schießen darf durfte ich ja vorher nicht waren jetzt ein paar alfmeter dabei ich probiere mich bei standard situation einzuschalten ich glaube gestern war es auch ein zweimal klappt die nase hat noch ein bisschen was abbekommen erste halbzeit ich weiß jetzt nicht wenn man dem gegenspieler die nase blutig schlägt dann ist das normalerweise ein faul in der szene ist es dann auch elfmeter das war ein bisschen ärgerlich jetzt haben wir das spiel gewonnen deswegen kann ich jetzt darüber lachen auch wenn es heute noch ein bisschen weh tut ansonsten freue ich mich natürlich torschießen ist immer schön aber haupt augenmerk bei mir geht eigentlich darauf tore zu verhindern man sieht es ja auch ja fast spieltags abhängig vom spieltag auch die die positionsänderung im pokal was wieder in innenverteidigung und dann wieder als außenverteidiger ist auch was was mich ein bisschen auf trapp hält und deswegen probiere ich mich je nach position dann auch einzuschalten und der mannschaft auch so zu helfen wo spielst du nicht lieber du bist garantiert gefährlich wenn du über außen kommen kannst über deine seite wenn ich es mir aussuchen könnte vorne im sturm würde ich mal richtig genießen wird glaube ich schwer das durchzusetzen also wo ich lieber spiele weiß glaube ich jeder der ein bisschen fußball verfolgt hat bei bochum die letzten jahre ich bin acht jahre innenverteidiger gewesen wenn man die qualitäten dann des spielers aussieht dann glaube ich dass die position schon am meisten sinn macht wir haben aber in der konstellation mit mir auch als außenverteidiger viele punkte geholt ich kann das auch spielen ich habe das früher auch gespielt und ich bin der letzte spieler der dem trainer sagt du das möchte ich nicht weil ich finde ich sehe auf der position besser aus gerade als kapitän auch vielleicht als vorbild für die jungen spieler muss man das auch dann annehmen und wenn ich jetzt als rechtsverteidiger gebraucht wird weil wir eine grippewelle haben oder auf der sechs oder von mir aus auch vorne im sturm dann werde ich das auch machen sturm sogar sehr gerne wenn du jetzt das stürmer das ist ein gutes thema der die teuge lichte führt ein abwehrspieler an bei rot was essen was sagt das über den sturm aus wir drehen das ganze mal um ja wir werden tore der stürmer brauchen um letztendlich mehr spiele zu gewinnen das ist ganz klar das wissen die jungs auch jetzt ist das die halbe wahrheit weil simon engelmann verletzt ausgefallen ist lange mit extrem guten scorer werden nicht nur als torschütze sondern auch als vorbereiter das darf man auch nicht vergessen fällt jetzt schon wieder aus krankheitsbedingt das ist total ärgerlich für uns als gruppe wir haben mit ron jemanden der glaube ich auch ein bisschen selbstvertrauen braucht auch die nötigen ja das nötige glück im abschluss und dann wenn das dann einmal kommt dann bin ich auch zuversichtlich dass die jungs dann mal in lauf kriegen und das wird wichtig sein um am ende dann auch spiele zu gewinnen ich habe noch eine ganz generelle frage man sieht dich immer ich beobachte ich wenn du auf den platz gehst wenn andere angestrengt wirken und ernst gucken du hast immer ein lächeln im gesicht wenn du auf den platz gehst ich habe das gefühl der felix bastians der ist total im genießermodus wenn der fußball spielt eine hafenstraße ja das ist falsche beobachtung nein das ist genau richtig aber das kommt ja auch ich glaube die nötige gelassenheit kommt dann auch mit dem alter ich glaube früher sah es bei mir auch ein bisschen angestrengter auf ich weiß natürlich dass es bei mir nicht mehr fünf jahre werden deswegen genieße ich dann gerade solche spiele an der hafenstraße auch wenn unser platz aktuell unterirdisch ist den genieße ich mit sicherheit nicht aber die allgemeine atmosphäre des stadions das saugt man dann auf und ich glaube dass man dann in den nötigen situationen auch diese gelassenheit hat und ich glaube auch dass das einige von unseren jungen spielern gut tut wenn sie dann mal rüber gucken und sehen es ist alles in ordnung gerade in so engen szenen darf man nicht vergessen das fußball letztendlich ein spiel ist und wenn wir da dran bleiben trotz aller ernsthaftigkeit das auch ein stück weit zu genießen da glaube ich schon dass ich der mannschaft auch so helfen kann darin anknüpft noch eine frage entschuldige du hast viele stadien auf der auf der welt erlebt du warst in belgien du warst in der schweiz du warst in england lange zeit du warst in china jetzt bist du an der hafenstraße was macht die hafenstraße aus für dich das kommt ja auch spiel an wir haben auch nicht in jedem spiel sensationelle stimmung das ist aber in jedem stadion der welt so aber aber wenn die hafenstraße mal brennt dann ist das dann ist das muss man ja genau muss ich ja ganz vorsichtig sein also ohne pyro dann ist das was ganz besonderes also dann sucht das auch vielleicht sogar in der bundesliga schon ja seinesgleichen wir haben das im aufstiegsspiel erlebt und ich glaube schon dass wir da auch ein stück angespannt waren was ja normal ist gerade auch mit der jungen mannschaft und die meisten spieler haben es ja gesagt ab dem zeitpunkt wo wir in stadion reingekommen sind sind wir da durchgeflogen weil einfach das ganze stadion mitgemacht das ganze stadion war wie eine fankurve und das hat man in ganz wenigen stadion man sagt es ja mittlerweile so schön champagner fußball da in den arenen wo dann ja man man guckt dann in der in der zweiten halbzeit und da ist noch 20 minuten sind die plätze noch leer weil drin noch irgendwas getrunken wird das haben wir ja nicht bei uns ist ja selbst die hauptribüne selbst der wipp bereich ist ja ja da fliegt ja auch der ein oder andere bierbecher wurde mir erzählt deswegen ist das glaube ich ein publikum was wirklich total für den verein brennt und in den speziellen momenten merkt man das als spieler was kannst du denn ralf hat gerade eine ausnahmserfahrung schon angesprochen was kannst du den jungen spieler mitgeben aus diesen vielen jahren erfahrung kommen die auch manchmal und fragen irgendwie nach rad oder wie kann ich mir das vorstellen ich bin immer für jeden offen wenn einer ein rad braucht ich glaube dass ich schon viele situationen erlebt habe gerade jetzt auch wir haben spieler die eine längere zeit keine rolle gespielt haben da finde ich das ganz wichtig dass die jungs bei sich bleiben sich nicht runter ziehen lassen und weiter arbeiten das ist ein mannschaftssport im großen jahr aber letztendlich arbeitet jeder auch ein stück weit für sich so und da ist dann situationsunabhängig vom trainer habe ich den jungs dann schon mitgegeben wir haben jetzt welche die sich auch zurückgekämpft haben dass sie halt sich nicht abhängig machen sollen von ihrer aktuellen situation oder von dem typischen der trainer kann mich nicht leiden ich kriege keine chance mehr sondern du musst einfach ja für den moment arbeiten wo du wieder gebraucht wirst und mir hat das in china informiert ich habe da mit john obi michael gespielt der zehn jahre lang bei chelsea war der wurde dann eigentlich ein stück weit vom verein aussortiert und war in der zeit wo er gespielt hat hat er ganz normal trainiert und am wochenende echt gut performt und weil es aber kein trainingsweltmeister also hat sich schon seine pausen genommen so dass er am wochenende wieder da war in der in der zeit wo er aussortiert war hat er trainiert das war unglaublich sowas habe ich noch nie gesehen und habe ich ihn gefragt ich sag sag mal kannst du mir erst mal erklären warum du jetzt auf so einem niveau trainierst und sagt er ja weil ich möchte bereit sein für wenn ich wieder hier die chance kriege oder woanders so und das ist schon was was ich den jungs dann hier mitgegeben hat wir haben jetzt welche die sich hier zurück kömpfen aber auch dies vielleicht hier nicht schaffen die müssen ja bereit sein wenn es woanders weitergeht und das ist etwas wo du vielleicht mit einem älteren spieler darüber sprechen kannst und da probiere ich natürlich auch zu helfen kam so ein cedric haremok auf dich zu in der zeit wo er nicht gespielt hat hat ja eine lange durchstrecke hinter sich gehabt auch ist das eine der dein rad dann braucht wir sitzen nebeneinander deswegen cedric ist ein ganz feiner kerl wir verstehen uns gut und natürlich sprechen wir darüber ich glaube das ist schon jemand der richtig richtig gute fußballerische qualitäten hat der aber auch viel zuspruch braucht den man auch wo man wissen muss wie man ihn anpackt und ihm hat das jetzt gut getan dann auch mit dem tor das hat mich wahnsinnig gefreut und ich glaube man hat bei dem jungen dann auch gesehen welche emotionen bei ihm hochgekommen sind das heißt ja dass er sich dann auch ja mit dem verein so identifiziert ist glaube ich aktuell der spieler der am längsten im kader ist mit einer verletzungshistorie die auch schwierig ist das heißt er weiß wie man sich zurück zurückkämpft und hat das jetzt auch wieder eindrucksvoll unter beweis gestellt vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf deinen werdegang schauen du bist ja schon ganz früh nach england gegangen 16 wie kann ich mir das vorstellen so früh schon auf sich allein gestellt zu sein ist ja auch nicht unbedingt der klassische weg schon so früh ins ausland wie war das was hast du damit genommen ja ganz früh erwachsen geworden also ich bin zum flughafen gefahren und mein vater hat eigentlich gesagt er ist in zwei wochen wieder da weil die bedingungen im jugendhaus waren jetzt nicht so wie heutzutage also es war jetzt nicht luxuriös aber ich hatte ja den unbedingten traum fußballprofi zu werden und die bedingungen damals im vergleich zu deutschland was wir an plätzen zur verfügung hatten wir an acht rasenplätze in der jugend noch mal vier für die profis mit indoorhalle als als kunstrasse also das ist unfassbar gewesen und da reden wir über das jahr 2004 da habe ich bei borussia dortmund in der c jugend noch auf asche trainiert mal als vergleich deswegen war es für mich eine riesen chance und man entwickelt sich natürlich weiter andere leute andere länder kennenzulernen die sprache perfekt zu beherrschen hat mir dann auch in china geholfen auch in belgien geholfen weil das alles auf englisch war und ich glaube dass man dann auch fürs weitere leben ein netzwerk hat wenn ich jetzt sehe mit wem ich alles zusammen gespielt hat bis wohin das netzwerk reicht welche spieler man dadurch auch kennen lernt dann ist das sicherlich etwas was mir im hinblick auf die karriere nach der fußballkarriere sicherlich helfen wird die dann wo enden wird oder wo fängt sie an sportjournalismus du hast angefangen zu studieren ich habe in england studiert ich habe jetzt ein sportmanagement studium auch abgeschlossen ich bin mir sehr sehr sicher dass rot weiß essen mein letzter verein als spieler sein wird das ergibt sich glaube ich auch aus altersgründen und weil ich mich natürlich in der region total wohl fühle weil ich hier zu hause bin und kann mir auch sehr gut vorstellen dass das dann auch der erste schritt im weiteren verlauf sein wird rot weiß essen möglicherweise sieht ganz gut aus ja und warum hast du dich dafür entschieden also ich meine man hat ja als fußballer immer auch mit den medien zu tun zwangsläufig warum fand es interessant auch mal die andere seite kennenzulernen ich fand das super interessant weil wir wir hatten eine privatschule auf dem trainingsgelände mit zwei lehrern die sich um alles gekümmert haben und dann gab es die chance in einen kurs reinzukommen an der universität in stoke da habe ich dann angefangen mit 16 oder 17 der war eigentlich erst ab 21 jahren für profi fußballer ich musste dann da vorsprechen eine englischprüfung ablegen mein lehrer hat vorgesprochen und gesagt dass ich ja vielleicht auch vom kopf her nicht ganz so viele bälle davor bekommen habe dass ich das auch mitmachen kann das hat dann wunderbar geklappt ich finde es einfach ich fand es interessant weil ich gerne im sport bleiben würde und die andere seite zu kennen ich weiß ja auch unter welchem druck ihr steht vielleicht mal eine meldung rauszuhauen wo es vielleicht überhaupt keine gibt das ist ja auch klar deswegen müssen wir dann immer aufpassen was wir sagen und eben es probieren rauszukitzeln was geht und letztendlich fand ich mal den den blickwinkel zu ändern sehr interessant und das war aufschlussreich auch sehr anstrengend weil wir teilweise nach dem training hingefahren sind saßen dann in der in der vorlesung richtig im hörsaal unsere prüfung da abgelegt das hat schon spaß gemacht und wie gesagt wenn man sich da mehrere optionen offen hält glaube ich dass das einem auf längere sicht nicht schadet ich habe eine frage zum team ist mir gerade so eingefallen ich möchte gar nicht mal dazu hören ich vermisse deine heber gar nicht in der mannschaft vermisst die mannschaft ihn habt ihr gut kompensiert ja aber das überrascht mich nicht ich glaube dass der wechsel für daniel eine super sache war weil er im fortgeschrittenen fußballalter noch mal die chance hat auf einem höheren niveau spielen zu können unter seinem förderer ich glaube jetzt nicht dass magdeburg viele spiele gescoutet hat sondern dass einfach christian titz sich ganz ganz klar für die verpflichtung eingesetzt hat das heißt für den spieler passt es so wie ich marcus und jörn kenne wird es auch für unseren verein passen ich kenne jetzt die zahlen nicht aber das wird sich glaube ich schon gelohnt haben und in dem sinne war es dann für alle seiten ja win 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 und wir sind auf der innenverteidiger position glaube ich sehr gut aufgestellt wir haben ende noch da herze macht seine sache aktuell gut du hast mit musti jemanden jungen spieler der gutes potenzial hat der sich noch entwickeln kann und ich bin ja von hause aus eigentlich auch in verteidiger deswegen bist du auch nicht nur qualitativ sondern auch von der anzahl her gut aufgestellt und deswegen glaube ich schon dass sich das dann für alle seiten gelohnt aber du bist ja jetzt stürmer du hast heute eine bewerbung abgegeben und ich denke mal der trainer wird reagieren ich habe das beim trainer schon mehrmals hinterlegt aber es würde mir mal mehr als zehn minuten vorne wird im letzten spiel vielleicht wie beurteilst du denn allgemein die entwicklung von rwe in dieser saison wir haben im talk oft darüber gesprochen schwieriger saison start dann aber gefangen wie siehst du das ja genauso also schwieriger saison start ist ja noch nicht ausgedruckt das war ein katastrophaler saison start und sich dann so zu fangen und dann auch vielleicht anpassungen ja anzunehmen oder an den schrauben zu drehen das ist dann die aufgabe vom trainer das system auch umzustellen eigentlich davon weggehen was man eigentlich spielen möchte das ist ja auch wir wollten ja eigentlich viel aktiver sein viel mutiger haben aber gesehen dass wir in der konstellation einfach die hütte voll die hütte voll bekommen und wir sind aktuell was zeichnet uns aktuell aus wir sind total kompakt als mannschaft es ist ja schwierig gegen uns tore zu schießen das mehr zu null spiele erhöht natürlich die chance dass du dann auch erfolgreich bis nach vorne können wir uns verbessern ja mit sicherheit können wir besser fußball spielen ja auch das aber in der liga geht es ums nackte überleben und man sieht es an den ergebnissen wir schlagen zu hause dortmund 2 ich glaube klar und deutlich mit mit 2 zu null auch aus einer kompakten defensive wo du eigentlich denkst das ist eine mannschaft die wird sich schon schwer tun und im nächsten spiel besiegt dann dortmund 2 zu hause mannheim 4 0 deswegen kannst du dir da nicht sicher sein und du musst letztendlich im fußball das machen was von dir gefragt ist und wenn du die chance hast offensiver zu agieren dann wollen wir das natürlich alle gerne machen aber im endeffekt möchten wir spiele gewinnen und auch das umfeld möchte spiele gewinnen weil wir möchten nicht in schönheit sterben dann vielleicht zum schluss noch der blick nach vorne wir schauen ja auch kurz aufs nächste spiel was erwartest du was erwartest du für ein spiel worauf wird es ankommen wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen die sind ganz gut in form worauf wird es ankommen das ist in der liga immer dass dasselbe erst mal die mentalität die laufbereitschaft und das wird sich normalerweise öffnet sich so ein spiel dann nach 60 minuten wenn wir auswärts spielen müssen wir kompakt sein dann müssen wir unangenehm sein das darf keinen spaß machen gegen uns zu spielen sage ich immer so gerne und das kriegen wir aktuell viel viel besser hin als noch am anfang der saison und wenn du dann die möglichkeit hast auch auswärts ja fußballerische akzente zu setzen dann solltest du das tun aber letztendlich möchte ich einfach in aue punkten und wie wir das dann machen ist mir relativ egal ist doch eigentlich ein schönes schlusswort ich schaue auf die uhr wir haben nicht mehr viel zeit wir können wahrscheinlich noch eine halbe stunde weiter reden aber 1907 minuten stehen uns nur zur verfügung ich sag schon mal danke dass du heute hier warst hat uns sehr gefreut danke dir ralf natürlich auch wir treffen uns natürlich zum nächsten talk nach dem ausspiel wie immer von hafenstraße auf quats.de reviersport.de und bei youtube vielen dank euch beiden und bis zum nächsten mal